hey leute und herzlich willkommen zu weitern minecraft jetzt dürfen einen kanal heute mit mythos und bayern hd wir auch schinken aber ja ja noch gibt es heißt er jetzt auf jeden fall leute was will ich gerade sagen ah ja ähm bei man spielt nicht mit mir bei mir nicht kann bei mythos bei laut mythos ja hier schau zu ja wie mir auch ja was sind die die fähigen fasbüttchen okay nein okay nein ich bin noch mal jeder scheiße alter weil jeder scheiße einfach lustig ist weil es halt echt lustig ist okay nein es ist so lustig genau wie dein face lukas macht facecam ja wann ab okay leute ich mache ab eine billion abonnenten facecam schaffen wir es also bis immer morgen eine billion abonnenten facecam komm Leute wir schaffen das eine billion eine billion abonnenten facecam gut dann sagen wir 8 millionen 8 milliarden so viel gibt es auch nicht menschen es gibt 7 milliarden hat der maul hat der maul ja das weiß ich aber wirklich ich hab ihn ja oh ja auf jeden fall ich bin geil ja was habt ihr jetzt vor wollte sie gleich drauf gehen also ich bin schon gegen nein ich bin ein spawned weapon achso nein ja jetzt bin ich tot ich bin nicht grinnen hängt was ist das für ein scheiß map eine coole map kohle 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 ooo jetzt wissen wir die wahre geschichte von moritz einfach rüberspringen aber machte was johannes vor schaffte die nach ihm nicht die möchte man heute noch heute die beiden doch nicht laut bei euch waren nur bis zu johannes bett auf jeden fall weg und von wem denn von rohreitern ja beide easy aber wenn ihr meine aufnahme schaust da was soll los sich und die bin so scheiße ihr betritt zehnmal daneben geht die 50 mal lucas dies sich selber leute warum wird ab unterkommen leute dafür leute müssen wir entschuldigen wir haben so ein gratis zu erwarten und zwar wir wollten ja ich weiß aber ich habe nichts machen können wir uns bonnen auf jeden fall wollten wir das war montag raushauen aber eben er hat sagt es mittens server nicht ergeben weil der crash ist hat zum flieger server gratis obwohl auch plugins drin waren auf jeden fall werden wir schauen dass der gute alte mc promen und ich dass wir schauen dass wir nicht tragen server oder an anderen server holen der ein bisschen länger haltet auf jeden fall es der muss anderen haus doch ja es wird auf jeden fall nicht montag aber es passiert irgendeines da jetzt auch wir in naher zukunft wirklich schön und er ist in von der grünen bei mir trick 360 macht die das ist die erfahrung hälfte 50 bescheuert klingen oder wirklich und da heißt immer von dem gelb ähm sehr kleines bett werde werde ok moritz hat gold nütz macht kombos war schon gut weil du musst ja echt nie kombos so passt das arsch normal ja bitte bitte kommt ich dachte immer so beleidigen mit wichser und so alles muss ja alles rauskarten was ich nicht mag weil ich zu faul bin dafür ja 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 ich könnte locker raus bieten oder so dann sagt man jetzt sagen jetzt mal kurz mal ein piep rein ok ich mache jetzt ein piep rein jetzt wie ok leute ich hab das piep gehört die kauft er wollte nichts geben Ja Moritz, na einen Bonus mir nur nicht geben. Na gib mir ein Team halt. Hätt's echt ein Team halt geben. Hast du jetzt echt ein Team halt geben? Ja. Alter Moritz, wie Assi. Hashtag, Hashtag 1, 2, 3, 4, Hashtag 5, 4, 3. Ja Moritz, renn mal wieder auf gelb, komm. Mit jetzt. Moritz, komm, müssen zu gelb. Oh. Geh zu grün, hab die grün runterkommt. Ja, okay, geht nicht. Unser Weg geschwecken, die gelben sind alle in der Mitte. Moritz, komm mit. Ich hab extra Mauer für die gebaut. Gelb, komm zu ihnen, Elisa. Moment. Elisa, Elisa, was auch? Moritz, Moritz. Moritz. Ja? Komm halt mal. Oh, die Poritz. Oh, die Poritz. Oh, hilf mir Moritz, hilf mir. Ah, es ist Poritz, okay. Nein, ich hab Lüthos. Poritz. Ah, Lukas, jetzt hab ich ganz gerne nach Hause gehen, ohne Scheiß. Lüthos, komm. Lüthos, komm. Lüthos, komm. Lüthos, komm. Lüthos, komm. Lüthos, komm mal drunter. Wer hat das denn erwartet? Wie alle? Lüthos, komm. Lüthos, komm. Lüthos, komm. Lüthos, komm. Lüthos, komm. Lüthos, komm. Das ist anders. Also, wenn du die, wenn du die Nullen durch Ose setzt, dann geht's anders. Ja, ja, ich glaub's doch nicht O so funktioniert, aber ich hab's ja auch so, weil. Und Leute, ich sag euch jetzt, Wingo, also Microsoft ist Geld abzocke. Was? manche schlicht die stelle doch in der mord kann auf der xbox den namen ändern nur um 10 euro ja ich habe mich heute gefragt ob er sich abholen wird und ich sage mal so So, ähm, Minecraft weiß nicht, wann Manni macht, aber, naja... Hä, was laberst du with Minecraft. Minecraft ist halt von Microsoft auf bisschen erfunden, aber hä, was laberst du... alles ist vonlardan schon viel. Ja, aber Ich trage� mal so's bad. Nein, Minecraft ist so journa cette... Es ist mir egal, wer das Geld an Palm came in. Ja мне ja Mir vermai, es ist jetzt auf meinen liebarma Geheiter sinon, années lands... Aber was denn das jetzt noch mit Minecraft zu tun, nicht Geld abzucken. Moritz, aber das habe ich rausgebiebt. Leute, das habe ich rausgebiebt. Leute, lütt euch wieder da. Okay, ja, ich habe es Born-Tweb gemacht. Lukas, ich habe es Born-Tweb. Gelbes Bett ist weg. Lukas, mein Mama ist gerade zu Hause gekommen. Ja, und? Ich habe es rausgebiebt. Oder ich tue es rausgebieben. Moritz, pass auf, der Gelbe rennt in die Mitte. Rennt nur in die Mitte, ihr Bett ist weg. Ja, warte, ich habe... Ja, pass auf, der ist auf unserem Weg. Was, wenn er jetzt in der Beta baut, Alter, ich will dich so hassen. Dann, du hast ihn doch jetzt schon. Und? Moritz, meiner Dipping-Needs. Das war ja übertrieben. Ja, ich habe ihn easy. Er hat überhaupt keine Ping-Needs gegeben. Er hat da richtig die Kombo mit Bing weg. Das sieht dir deine Aufnahme. Ähm... Wir nennen uns jetzt alle Food-Item. Ähm, Leute, ihr habt gar... Der Lukas hat einfach so Spaß gemacht. Mach doch mal einen Kanal aus nach Slotüters. Und, ähm, ich muss sagen, vielleicht mach ich das einfach mal. Was schreibst du? Oder Lukas? Oh, bitte, Niklas. Lukas? Was denn? Ja. So, Voting machen? Ja, welches Voting? Für was? Ob ich, äh, man hier zum Kanal machen soll, aber nicht. Okay, Leute, wir machen ein Voting. Schaut einfach in die Kommentare, wenn ich kein Voting mach. Weil... Ich bin ja zu dumm dafür. Wenn ich vergiss, bitte ich ratzumgekommen. Weil, ich bin mir nicht sicher, aber das wird dann... Also, ich bin mir nicht sicher, ob ich dann mach, aber es wär dann mal... Es wär doch wahrscheinlicher. Wenn ihr ja sagt, senkt sich das dem Horizonten. Ja, ne, ihr Fotzen, haut's ab und macht's nur nicht. Ah, ja, und Leute, also Info. Ja, müssten abonnieren, dass er bisschen Money verdient, weil er ist total pleite. Also, er hat kein Geld mehr. Also... Äh, Vertrag. Ja, also, er muss ein bisschen Money verdienen damit. Also, gibt's ihnen die 30 Milliarden Abonnenten, dann, äh... Ah, hört's dir an die Hände. Oh, geht aber nicht. Wisst ihr, was das ist? Alter, wär mal grün. Und der kleine Heck, glaub ich. Der springt von ganz oben runter und ihr hielt die dreimal und er stirbt nicht. Ja, was ist? Ja, hat die doch getötet. Ja. Und durch gelb gesagt. Und gelb ist weg. Ja, dann halt grün. Sag bitte Käpt'n Muff. Das ist unhöflich, wenn du die falschen Namen nennst. Okay. Käpt'n grün Muff? Nein, Käpt'n Muff. Grün steht nur über seinen Namen. Sagt Käpt'n Muff. Sein Name ist... Ja, wurde... Wo war ich denn abgeschossen? Von oben! Von oben! Von oben und da! Mann, der hat... Der soll sich... Ah, der soll sich so... Nee, ich glaub das jetzt auf YouTube nicht sagen, Alter! Und... Alter! Ja! 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 Boah, ich wollte die Stille essen, ihr wollt noch nichts vergessen! Bitte! Ich halt! Ha? Ich halt! Das du scharf bist'n! Jetzt weißt du mehr! Weil ich sie von hinten ist. Okay, boah! Und Leute, schreibt mir mal in die Kommentare wegen der Audio. Ich hab' gesagt, die Audio ist gut! Und Stille, schmeckt auch gut! Mach' Leute, ich bin da runter, klein vor! Einmal auf Feuer der Base! Und ich fall' da runter wie der letzte Vollidiot! Wenn Leute, vielleicht so auch auffallen, du kannst, ich sag' schon, wenn du alleine auch nicht sehr oft Leute! Ja, was soll ich sonst sagen? Auslöcher haben! Also, Auslöcher! Oh Gott! Hab' ich nicht gesprochen, oder? Wie wär's mit Community? Oh, ich meine Community! Und jetzt liegt Vigo! Oh ja, das wäre eigentlich eine geile Begrüßung! Moritz, das schaffst du nicht! Das schaffst du nicht! Das schaffst du nicht! Das schaffst du! Nicht! So ist es als Hacker! Ja, ich weiss, der hackt! Ebenso, Vlog-Kids, geh' und da fall' ich nicht runter! Ja, Vlog-Kids, ja, wundere dich auch nicht! Das schaffst du nicht! Echt, du komm' auch drin! Geh' immer noch mehr noch! Moritz, der muss ja los sein eigentlich, oder nicht? Ja, voll aufklang! Ja, ich bin auch nicht! Ja, mit Spitzaknomen, dreimal schlagen! Und er stört nicht! Ich warte den Himmel auf Erden! Hau ab, hau ab mit 40 Gold! Moritz, mach Bögen, mach Enderball, mach Enderball und Eisenschwerter! Und Bögen! Und Bögen! Ah, er hat zwei Bögen, zwei Eisenschwerter! Ich mach jetzt einfach voll das OP für! Der könnte ich für mich Rettungsplattformen machen! Na! Na! Ich muss ja jetzt wieder Rüstung klatschen! Alter, der macht schon eins auf den 13er Bögen! Ja, der ist extrem gut! Ja, er ist okay, aber es ist gut! Ich glaube, der Hack ist tot, wenigstens! Moritz, der 13er Bögen in der Truhe! Na, hab ich für mich selber! Also, Moritz, hab ich jetzt gar keinen Bögen! Doch! Ich hab noch, ähm... Äh, noch 8 Goldspiel! Kann ich bitte? Ja! Danke! Äh, warum kannst du mal grad 7 geben? Weil ich nur eisig getötet habe, damit der Gericht mal durchkommt! Äh, so... Rettungsplattform... Gegner bei uns! Echt? Na, Mitspieler bei uns! Ähm, Leute! Schreibt mal in die Kommentare, wer ein YouTuber sonst noch schaut! Ja! Ja! Das passt ganz total zum Thema, aber ja, schreibt's mal in die Kommentare! Ja, wird mir eigentlich unteren! Macht das mal für Byron! Ja, macht das so nicht! Schaut bei seinem YouTube-Kanal vorbei! Ja, bei meinem YouTube-Kanal! Der ist abgefickt von KD! Aha, ist der YouTube-Kanal abgefickt? Es ist schon alle vorbei! Link in der Videobeschreibung! Nichts! Ah ja, Moritz! Ich verlin... Äh... Lukas! Ja! Du weißt schon, jeder weiß seinen Real-Life-Namen! Wow, hast du draufgekommen! Also, ich... Leute, ich verlinke ihn trotzdem, wenn er will! Warum? Ich hab keinen Kanal! Weil du hast ja natürlich! Das ist schon Kanal! Abgefischt mit KD! Ja! Und dann fangt der Kanal mit Lukas an! Ähm... Okay! O-Maa! Was für ein Hacker! Ja! Abonnieren! Ja! Jetzt Ragey! Jetzt Ragey! Das ist so ein verdammtes Mist-Stück-Hacker! Wie der Käpt'n Mav? Ja, der hackt. Der hackt. Er fragt, warum auch nichts mehr kommt. Ja, ich bier auch was Moritz. Perfekt. Moritz wartet, wie's grün abhaut und dann Porthy rüber. Ach so, als ich den Enderberg macht. Ja. Oh, haben sie sich so hoch gebaut. Das deckt sich einer hoch. Schieß ihn runter, Lytos. L. L. 0 Lytos. L. 0 R. D. Lytos. Er fällt einfach nicht runter. Was ist denn mit dem Mauer? Das ist ein kleines Mist, die Kuh und Sohn. Sorry, Leute. Sorry. Aber Leute, ich glaub ich versteh jetzt wieder. Rage-Kid 2. Ich Rage-Kid 2. Schau, weiß nur, bis hat er so eine Folge. Ich Rage-Kid 2. Die Folge heißt, ich Rage-Kid 2. Rage-Kid 2. Ja. Rage-Kid 2. Rage-Kid 2. Rage-Kid 2. Rage-Kid 2. Rage-Kid 2. Rage-Kid 1. L qualens Tooke 2. Weitere. Rage-Kid 2. Rage-Kid 3. Rage-Kid 4. S venture-Kid 3. doctorakid 3. った ök. 拉 frais-Kid 0 Rage-Kid 3. Rage-Kid 3. Rage-Kid 2. Rage-Kid 3. Rage-Kid 3. Baylekt 3. He LED-Kid 4. Rage-Kid 4. Rage-Kid 4. Rage-Kid-4! Rage-Kid 4. gemacht heute sagen richtig schlechter joke es war auch kein joke heute mit undercut gemacht moritz also mythos macht sich heute ein undercut okay scheiße es ist halt wie ich aussehe moritz ist mein bogen ab heute bin ich auf die seite und schießt mit dem bogen runter es nicht bringt ja das ist ja der ist die ganze zeit aber nie da ich würde mal sagen du kannst du ein bisschen findet hat doch einmal timelapse rein ja wir machen dann lebs rein okay bis dann ihr empfinden tut es ist ja ja moritz ist immer deine zurückdrehen und dann lassen schon wieder ab normal ich schaue da hinten die ecken nach ich auch hinter die ecken nach also ich weiß wo ich kann auf das machen bitte dass wir das machen ich wollte in sie schaffe bitte lasst mich bitte lasst mir das nicht geholfen leute wir haben gefunden wir haben gefunden melocast teil ist ein teil das ist doch unnötigen im jahr ja da haben wir so unnötig leute wir haben so gedacht wir machen es damit und nächstes mal sagen einfach nicht mehr wenn ich dein netz mit einem netz machen doch so solltest du schon sagen ja weil es ist einfach wenn du sagst ja okay leute kommt das heimlapse dann schreibt einfach macht so gut spaß und versteht heimlapse wäre unnötig gewesen das wäre echt gut gewesen ja auf seiner und wo gab es doch da bist du schon mal da hinten der war damals da hinten drin und auch der hielt die der gleich raus er ist da und da wo war er denn ich kann sich damals hat sich echt so du hast der kanal ihr habt mich sehen wovon das ist gewünscht ist fall wenn es die runde gefallen hat dann bis zum nächsten mal das like und ein abo da schaut bei abgesteckt vorbei bis zum nächsten mal und